Antifa heißt für mich, Neonazis, Rassismus und Antisemitismus entschieden zu bekämpfen. Die Lehren aus dem aufkommenden Faschismus, die zeigen uns, dort wo den Faschisten nicht aktiv Widerstand entgegengesetzt wird, da ist das Leben von Menschen in Gefahr. Deshalb heißt Antifa auch, in unterschiedlichen Bündnissen und mit unterschiedlichen Mitteln dem gesellschaftlichen Rechtsruck entgegenzuarbeiten, sei es nun im Betrieb, in der Schule, im Verein, aber auch bei Freundinnen oder mit der Familie zu diskutieren und natürlich muss das auch auf der Bühne stattfinden. Antifa, das ist aber auch der Kampf ums Ganze, für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können.